...Punktur. Fast. Jetzt hätte er wieder mit Pip durchbohren. Nochmals dazu. So, ja, so, so. Du, Flasche! Das ist auch extrem stark. Plus 20 durch Strange, plus 20 die Intelligenz und dann noch Mana Regeneration. Und erhöhte Mana Regeneration und Flasches. Alles okay. Und es ist ein guter Durchgang. Manche nehmen lieber den rechten Weg. Also hierher entlang. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt so effektiv. Stun Recovery brauchen wir nicht, weil wir später wahrscheinlich äh, Pip nun gegen Starman werden. Und jetzt kommen wir ins Gefängnis. Wir sind im Knoz, in einem Ort wie dieser. Nur Misere. Oder einfach nicht in die Zellen angeschwärt werden. Wir gehen nach links. Ah, da ist noch ein Schrein. Den nehmen wir mit. Irgendwo hier. Auf jeden Fall laicht. Hey! Glockenze! Glockenze! Richtig! Wir machen die Zellen schrein. Okay. Körle, wir sehen uns doch. Oh, das ist ein D-Shwirr. Egg ist hier. Das ist ein D-Shwirr. Das ist ein D-Shwirr. Dann ist der D-Shwirr. Hey ist dieses D-Shwirr. Zurück in den Bogen. Ah ja, bin ich in den Bogen. Ah ja, bin ich in den Bogen. Jetzt schauen. Jetzt ist die Werke, ist da wahrscheinlich besser unten gegangen. Rittletief. T, 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 T. Komm schon. Der Feast in mir. So, up. Wow, toller Drop. Ist so begeistert von diesem Drop. My mana is gone. Okay. Oh. Level Up. Oh. Ich brauche Level Up. Ich brauche Level Up. So. Ah, das ist gut. Mehr Damage, please. So. Oh, macht er viel Damage? Ich brauche hier alles. Aber die Glows brauche ich nicht. So habe ich daneben geklickt. Das geht mal gar nicht. Kettier für BunkerTV. Das ist meine Verarsche. Von Hügglo. Gut gemacht. Fähne ich mal nicht umzuschauen. Die sind ja auch ein bisschen schnell am Angreifen. Durch die Attack-Schwindigkeit. Und dann kommt ja hier noch Plus 8 dazu. So, jetzt müssen wir wieder rauf. Wir sind hier irgendwo in einer Sackgasse gerandet. Und so. Weg damit. Was haben wir denn hier? Ein bisschen geschehen müssen. Ja, aber halt hier musste nicht gleich werden. Bisschen unrealistisch. Ich muss sie cool essen. Nicht so Pussy Mode wie bei dir. Ich war einer, der schon jetzt ein wenig früh. Und zwar das Spiel. Und so. Mit drei habe ich mich ganz gedacht. Ich wollte jetzt Filme zuschauen. Und mit vier, fünf habe ich dann richtig Autospiele gemacht. Ja, aber jetzt habe ich dann gespielt. Und dann helfe ich. Oh, das war cool. Also hier ist mal der Ausgang. Der Gang nach oben. Wir müssen aber noch das Waypoint finden. Das ist einfach ein Pflicht-Waypoint. Ah, ist das ja schon. Gehen wir mal zurück. So. Der hat einen guten Bogen. Das sieht man. Der reicht es. So. Der ist Level 17. Das hat er für einen Bogen. Oder ist das ein optischer Effekt? Könnte ja auch sein. So. Jetzt wird diese Sachen wieder rein. Gut. Dann haben wir hier noch. Ja, nicht so gute. Ähm. Ja, ein Text wie bei einer Cola. Ich liebe nicht. Sonst verlieren wir den Mana Leech. Ja, hier wäre noch was mit Damage. Aber es ist auch nicht so gut. Hier haben wir Mana Leech. Also ein richtiges Mana Leech. Nicht auf der HQ. So. Und hier haben wir noch eine. Einen Hut. Das besser ist. So. Mein Vater kämpft gerade mit der Katze. Die schreit ihn wieder voll. Das hasste. He. He. Also. Gehen wir. Weiter. Bald kommt Brutus. Und wir sehen aus wie ein Pirate. Seemanns Kiste um Wudel voll rum. Terror Katzi. Terror Katzi. Ja. Wie. Mir ist es bei Securetif Mann. Mega Sexy. Nein. Nein, das ist aber bei Zelda. Da war es Termo Hexy. Irgendwo. Terror Katzi. Also. Die schmusikatze auf Deutsch. Das ist irgendwie besser. Bist du so süß, Matthias? Ja, Secret of Mana war eines meiner ersten Spiele auf dem SNES. Also zuerst kam Zelda, Link to the Best, dann kam Super Mario, alles das. Dann kam Secret of Mana. Es war so episch, also richtig cool. Ich habe ihn leider erst spät gekauft, also mein Vater hat ihn ja damals noch gekauft. Aber da war noch richtig cool, da waren die Konsolen noch richtig cool. Nicht mehr wissen wir wie heute heute, es ist nur noch Marketing. Viele Spiele gehen nicht richtig so schnell. Ich verstehe es eben noch nicht, wie sie so wenig PC spielen. Wir müssen eher leichter PC spielen. Komm schon, unterstützt den PC. Nicht so kleine Tablet PCs. Gute, grosse PCs, die richtig fett haben. Geistung. Ich finde es komisch. Sobald die Leute Geld verdienen, hören sie aufzugehen. So, mach doch weiter. Jetzt habt ihr ja das Gehäte-Projekte zu kaufen. Und hören auf. Und zwar ein bisschen besser durch die Let's Plays, aber das bringt es jetzt auch nicht. Die schauen dann lieber Let's Plays als selber zu spielen. Aber eben. Das meiste ist der Stress, der macht depressiv. Hören die Leute auf zu gehen. Wir haben nur noch Sex im Kampf. Wir spielen lieber mit Hitten als mit Games. So, da ist der Kopf voll. Voll. So. Nice. Also hier schießt der Mann nicht. Hier ist auch nichts. This is for me out Toll! Eine Sackgasse Eine Sackgasse Heidu Okay, machen wir noch kurz Brutus Dann zeig ich euch den Skill Wenn er überhaupt hier erhältlich ist Und dann Ja Muss ich leider schon wieder wenden Aber es geht so Barbie Es geht ja gut Ich weiß nicht ob ich zu leise bin oder nicht Ich kann mich nicht lauter stellen Tut mir leid Müsst ihr halt ein bisschen lauter stellen Aber kein Problem, oder? Ihr seid ja harte Männer Ihr könnt den Sound höherer Viel höher Andi macht es höher Und Lass mich jetzt im Groen Ich stehe mich Viel leichter als mit dem Wanderer Wanderer Ich mag irgendwie nicht Ich mag irgendwie nicht Change of Creed Change of Death Also nach Schäden Gems Weil die einfach zu OP sind Und einfach Blödes Pussy Mode Pussy Mode Will ich nicht haben Dann werde ich die auch nicht verwenden Außer vielleicht Damage Cast Wenn Damage Taken Oben ein paar Ähm Die Auren Kann ich dauern Äh Buffs Aber wir werden mal schauen Da ist Punctur Ähm Punctur Macht beim Ziel Einen Blut Der Buff Und Die bekommen Schaden über Zeit Und wenn sie Laufen Dann machen sie Bekommt sie mehr Schaden Doppelten Schaden Und Ähm Je Mehr Man sie trifft Mit Bluten Desto höher ist der Blut Am Teil Also sehr gut Dass er blutet Je mehr Man ihn mit Punctur Trefft Wir werden ihn mal mit Poison Arrow austauschen Damit wir Ja wir haben einfach zu wenig Slots Ketten Machen Passlots machen Dazu machen wir Wir könnten eine neue Rüstung tragen oder Was sind die Ausrüstungen Das ist keine bessere 17 Das ist noch nicht soweit Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Da mal Farben Ja Immerhin Und hier Personal Sehr wichtig Ähm So Und Hier mal Punkt Nur Das ist Wie wird er Schönen Ach komm schon bitte Oh Cool Nice So So, mal alles probieren. Kommt meine Schätzchen, komm zu mir. Ja, das bleibt nicht so viel, die man hat das nicht ernst. Blutschein, Blutschein. Ja, die halten alles nichts aus. Wir sind zu steuer. Also hier habt ihr es gesehen. Das macht dann so ein cooles Geräusch. Ihr seht es, wenn es läuft, kommt er her. Und das wird viel stärker. Ja, okay, ich hoffe es hat euch gefallen, diese Aufnahmesgeschehen. Es geht weiter und... Jo... Was muss ich sagen? Ja, danke fürs Schauen und bitte liken. Ich möchte Likes. Nein. Müsst ihr nicht unbedingt, aber es wäre schön, wenn ihr es gebt. Es ist nur ein Klick. Es ist wirklich nur ein Klick. Also, tschüss. Ich bin auf den Näht. Es geht ins zu. Jörg'a!